Schnapp ihn dir, Konrad! Ja! Da ist noch einer! Ja! Los, die nehmen wir mit! Oh! Ja! Impossible Bike Parcours? Ja. Ein Radrennen? Ne Motorrad. Hey. Ich bin gespannt, wie das wird. Oh, und mein Motorrad habt ihr vorhin in die Luft gesprengt. Oh. Ja, das war echt so ein Arschloch, ey. Wer war das überhaupt? Das war Jesus. Jesus? Ihr habt keine Chance gegen mich. Ich habe noch eine getunte Kiste. Ich auch. Konrad hat Jolly Jump auf dem T-Shirt. Ich weiß nicht, ob das mit der T-Shirt oder Anzahl stimmt. Keine Ahnung. Mir kommt das echt komisch vor. Die gute Kiste. Ach so. Alter, was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Du hast so einen Muschiföhn. Wow! Was geht mit meiner Kamera, Alter? Ja. Ah! Ich weiß nicht, ob das noch verbuggt ist, aber wenigstens läuft das Spiel. Scheiße! Boah, Alter, was denn das für eine Map? Ach, man muss auf diesen dünnen Dingern fahren. Oh, ernsthaft? Nee. Nein! Alter! Jawoll! Ja, erstmal muss man da rüberkommen, Alter. Hä? Was? Ich lebe? Boah! Ich komm da ja nicht mal rüber, ich muss anlaufen. Nein! Ich hab's mal gemacht! Ja, Mann. Ja, aber Germany's Next Topmodel lohnt sich auf jeden Fall, das Videospiel. Alter, nein! Bestes Spiel! Mann, Alter! Was hast denn du da ausgewählt, Roach? So, jetzt. Jetzt aber. Mann! Ich fass das jetzt mal mit der Ego-Perspektive vielleicht. Geht was besser. Oh Gott. Okay. Geht nicht besser. Conor, bist du schon da rübergekommen? Ja, klar. Ja, klar! Ja, klar! Könnt man wieder ein bestes Spielvideo machen, fällt mir eine. Nein! Nein! Also auf jeden Fall, wenn man fällt, fällt man tief. Ich schaffe es nicht. Also dafür bin ich zu blöd. Jetzt ganz vorsichtig, Moki. Jetzt ganz vorsichtig. Du schaffst das. Das ist ja schon auf Track Mania Niveau. Das ist ja schon auf Track Mania Niveau. Hm! Hm! Ja, Mann! Ich spiel das jetzt in deine Mutter! Nein! Oh, ich bin tot! Warum bin ich tot? Ja, das ist bei mir auch passiert. Man muss irgendwie perfekt da rein landen. Ja, aber... Wie soll man das schaffen? Konrad, hast du es schon geschafft? Ja. Ja! Alter, wenn man runterfällt, kann man noch Backflips und so machen. Ja, ja! Ja! Tatsächlich. Ich werf's nicht, ey. Ich auch nicht. Aber ihr seid so schlecht. Ich bin erster! Wie weit bist du denn, Konrad? Schon ziemlich weit oben. Oh ja, gut. Aber ja, doch nicht entziehen. Passt! Ich bin gespannt, wann wir das mal schaffen. Klappt das eigentlich gut mit deinem Roller, Konrad? Ja, ja. Wie lange wollt ihr heute spielen? Also, ich hab Zeit. Zehn Stunden später. Ich hab auch Zeit. Ich auch. Sag mal, Konrad, wie weit bist du eigentlich? Oh, ich bin eigentlich schon... Schon ganz unten. Bist du runtergefallen, oder was? Fährst du grad in der Stadt rum? Ein bisschen. Sollen wir nochmal neu starten für dich? Oh, mein Gott. Dass du ein ordentliches Motorrad nehmen kannst. Mach dir ruhig fertig. Ich hab Spaß. Alter, ja, wenn wir das mal schaffen würden. Ich häng die ganze Zeit an der drecksgleichen Stelle. Hab ich irgendwie so das richtig irgendwie im Gefühl, dass Storm und Konrad einfach völlig auf die Strecke scheißen? Nee, ich bin hier noch sehr bemüht. Ach so. Der Storm ist so ruhig. Der ist bestimmt schon wieder rauchen. Ey, ich hab den Checkpoint. Oh mein Gott, wie geil. Ja, der war rauchen. Ach so, seid ihr schon weiter? Was? Was soll ich jetzt schon wieder tun? Das ist doch scheiße, ey. Okay. Und Konrad nimmt Anlauf. Und? 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 Er kommt, er kommt. Und er fliegt runter. Der sah mir gut aus. Okay, einmal versuch ich es jetzt noch und dann geh ich mal auf Toilette und schau, ob ich danach noch Bock habe. Ja, also ich war bereits schon auf Toilette. Ich war sogar am Fenster gewesen, aber... Wir haben dich auch fast vermisst. Okay. Okay. Die Menschen. Morgli, wo bist du gerade? Konrad, wieso? Ach, der ist ja gar nicht da. Ich lebe! Wie du liebst. Ja. Okay, ich komme. Hinterher. Konrad, Achtung! Ich komme! Und? Wo bist du? Oh, er hat die Kanne nicht erwischt. Oh, er hat die Kanne nicht erwischt. Ich warte hier auf dich. Okay, das müssen wir ganz anders angehen. Und? Ne. Ne. Gründen. Hallo! Ich sehe dich. Konrad, hallo! Komm runter, Jung! Hallo! Oh! Oh! Der Arme! Oh, äh... Oh! Ja! Warum mobbt ihr die Leute? Machen wir doch gar nicht. Er macht doch Burnout an seinem Schädel ey. Das ist neue Massage. Der Teufel mit seinen Roller. Alter. Schnapp ihn dir Konrad. Ja. Da ist noch eine. Ja. Los, die nehmen wir mit. Ja. Dein Geld. Was? Sind da noch mehr irgendwo? Weiß nicht. Das ist Exe-Bit. Aber ich fühle mich irgendwie schlecht, weil die sind alle irgendwie dunkelhäutig, die wir gerade über den Haufen fahren. Oh, 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 oh. Da kriegen wir mal ein Nebel. Das müssen wir rausschneiden. Wir müssen zwar irgendwie, damit man hier nicht denkt. Kommt noch auf den Index. Ja, ja. Ja, ja. Da kriegen wir schlechte Kommentare wegen. Aber hier gibt's sonst keine. Stimmt. Da. Ja. Wir müssen die Helle nehmen. Die Helle. Ja, die Helle. Müssen die Helle nehmen. Die Helle nehmen. Die Helle nehmen. Das ist mein Geld. Warte mal. Schön zwischen die Beine. Echt? Bei mir fährst du hier nur über den Kopf. Echt? Nur über den Kopf. Oh Mann. So, nächster. Gehst du niemand mehr, so? War mir langbrauchten Morki. Da vorne. Ah, vorne. Ach, vorne. Ihr seid immer noch nicht fast! Hey Morki! Ich hab die Map geschafft! Nicht dein Ernst! Ich will nur Gas geben! Da wo du grad bist, hast du den ersten Versuch geschafft! Ich hab keinen Bock mehr auf die Map! Komm, du schaffst es! Wenn du das schaffst, dann läuft ein Timer ab und dann ist die Map zu Ende! Ja Morki, es hängt nur noch alles an dir! Ja, dann kriegt ihr auch Preisgeld! Ja! Weil vor allem viel, weil das so lang ging! Oh ja! Morki, du musst an der Seite lang fahren! Morki, du musst an der Seite lang fahren! Hört den Konrad irgendwie rufen hören? Hast du den klassischen Abgang gemacht? Ja! Bremsen! 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 So, jetzt hast du Kontrolle drüber! Ja! Ja, lenken musst du schon, ne? Alarmalag ist an! Echt, man kloppt an der Maschine! Jetzt sollen wir den Flow überheben! Morki! was macht er und warum ich weiß es nicht erst mit der gesamtsituation unzufrieden los mit ihr mein freund es geht schließlich ums geld und ich lach mich krank weil sie die kreiner hemmel johne ja ich bin mal auf dem kloster bis du unten bist okay ich bin wieder da seid ihr fertig die sind doch nicht fertig bist du ich bin wieder oben warum warum ich bin unten angekommen oder was nicht mal weg bist du auf mir gelandet meinst du geht ja gar nicht muss ja noch ein stück fahren und als ich hier bei den punkt angekommen bin machst du weg komisch ich verliere jedes mal fünf dollar wenn ich sterbe was ja scheiße wie lange spiel man das jetzt eigentlich schon weiß ich nicht ich habe jetzt mal die aufgabe beendet das ist doch zu lang die leute wollen bei mir immer eine xxl folge jetzt kriegen sie die auch ich habe mir was zu essen geholt die folge kannst du den untergang nennen wo ist der storm ich bin hier unten da kommt er angerauscht leben am limit mit seinem ufer nein dann hält du den pulli lauf junge lauf um dein leben komm morgi das schaffst du man komm ich hier hoch wenn ich das schon geschafft habe dann schaffst du das auch du hast alles andere jetzt auch schon geschafft du bist zu pro lass dir Zeit nicht aufregend einfach weitermachen auch geht es da in den tunnel oh ok das kann mal passieren das kann mal passieren geht es da in den tunnel irgendwie links oder rechts weg das kann mal passieren morgi ich glaube der nimmt grad sein rechen auseinander kein wunder dass sein controller nicht funktioniert weil er viel zu viel solche missionen spielt also das ist echt sadistisch pur ich glaube wenn er es schafft dann wird er erstmal los pullen los goller fang mich doch fang mich doch ey ich fieber da grad voll mit dass er es packt war der ufer schneller als mein motorrad? ja es geht da ab ey da läuft ja was verkehrt ja du du mach es doch mal auf die gleiche weise dann schaffst du es eh? oh ich bin auf der Stelle scheiße oh ich bin schon wieder oben oh nein hat er es geschafft? nein er ist direkt kurz vorm punkt abgestimmt warum? das sieht lustig aus wie er von hier oben immer zu auf und ab liegt morg jetzt konzentriere dich mal ja echt mal zeig dir mal aus welchem holz du geschnitzt bist los los mach uns du alle ehre es hängt alles nur an dir jetzt räumt die überplay für deiner tastatur weg und konzentriert dich trink einen schluck oder so das war ich ich konnte mir das nicht ansehen gleich schreit er ich will alle in den Tunament spielen ich glaube heute hat er erstmal genug von solchen Maps gesehen er konzentriert sich 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 Mocki alles ok alles ok alles ok machs nochmal mach so wie oft hast du das jetzt gemacht Mowgli ist schon bei 100 angekommen oder so jetzt zieht ihn nicht auf er muss das schaffen er ist doch möwisch er muss das schaffen fliegt wie eine Möwe wie Mövenpick ja er fliegt grad wie eine Möwe das war jetzt ein Überflieger das schaffst du ne das schafft er nicht er ist ein Loop doch er schafft das Mocki fliegt und siegt ja Mondstein und so ich hab Durst ich muss mir was zu trinken holen ja 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 und abwärts gehts die letzte Tonne abwärts du hast es geschafft ich bin so geil ich bin so geil oh mein Gott ich bin so geil bist du im Ziel ne jetzt muss er noch den Freefall machen in das Loch rein oh mein Gott ich bin so geil ich bin so geil welches Loch denn da du musst jetzt von dem Container runterfahren was das geht noch weiter ja du hast doch gedacht du wärst schon durch ja ich hab's gehofft nimm ein bisschen Anlauf er nähert sich dem Ziel er stöhnt aber auch so es kommt noch die große letzte Rampe was passiert weiß ich nicht er hat sich bestimmt erschrocken von seinem Spiegelbild oder so der morgendliche Mocki schreit er hat's geschafft er hat's geschafft cool oh das Rennen ist vorbei ich war's dein Ende endlich was macht ihr denn da warum warum können wir das jetzt nochmal machen ja echt ja eicher Stäbchen sind echt nein eicher Stäbchen wären jetzt echt ne gute Idee 10.000 wie wär's nächste Woche mit neuer controller donation zu ziehen das ist ne sehr gute Idee das gab ja verdammt viel Geld war 10.000 bloß ja dankeschön dankeschön wir haben's geschafft wir haben's durchgezogen muss ich nur noch meinen Controller aktivieren damit ich diesen Job disliken kann nein dieser Job ist ein Horizont nein oh mein Gott